In Hollywood werden Träume wahr. Hollywood bietet alles. Geld, Macht, Sex, Drogen. Doch Träume können zu Albträumen werden. Eine Prominente und ihr ungeborenes Kind wurden auf brutalste Weise getötet. Derart böse und schändliche Verbrechen bringt nur diese Stadt hervor. Die Wohnung war dunkel, aber sie konnte einen Mann sehen. Er hatte Kopfverletzungen. Es wurde mit einem Kabel erdrosselt. Er hatte eine Bank gebaut, auf der er das Playmate vergewaltigte. Dann tötete er es und sich selbst. Das Doppelleben eines Sitcom-Darstellers endet tödlich. Er war ein Bilderbuchvater, aber heimlich machte er Sexvideos. Teenager stehlen den Stars ihre Luxusobjekte. Diese Kinder besaßen die Frechheit, bei Paris Hilton gleich mehrmals einzubrechen. Eine Mordserie lässt Hollywood erbeben. Sie alle sehnten sich nach Ruhm. Manchmal ist alles, was von einem Star bleibt, ein Kreideumriss in einem Anwesen in Beverly Hills. Manche in Hollywood denken, sie kommen mit einem Mord durch. Seine Labilität war bekannt, aber man tolerierte sie. Lana Clarkson war die letzte einer Reihe von Frauen, die Phil Spector misshandelt hatte. Unglücklicherweise starb sie dabei. Hollywood überträgt seinen Lieblingen Macht. In den richtigen Händen werden daraus Blockbuster und Megahits. Aber gelangt Macht in die falschen Hände, kann aus einem Genie ein Tyrann werden. Das Arbeiterviertel Alhambra ist ein Vorort von Los Angeles mit netten Bungalows. Wie in einem Gruselstreifen gedeiht mitten darin das Böse. Man nannte es das Schloss, umgeben von einem Eisenzaun und Backsteinmauern. Es stand am Ende einer Einbahnstraße und wirkte wie das Schloss von Vincent Price in Edward mit den Scherenhänden. Jedes Horrorschloss beherbergt ein verrücktes Genie. Hier ist es der exzentrische Musikproduzent Phil Spector. Er arbeitete mit Showgrößen wie Ike und Tina Turner, The Lounettes und den Beatles zusammen. Seine Wall of Sound, also Klangmauer, hat den Pop der 1960er Jahre revolutioniert. Es handelte sich um eine Zwischenperiode, nach Elvis und noch vor den Beatles. Das war der Sound von Anfang bis Mitte der 1960er. Ein gewaltiger und roher Sound. Er setzte schon mal gleichzeitig drei Klaviere, einige Drummer, sieben Gitarristen und ein Orchester ein. Spector war der Typ, der ein Popalbum großartig machte. Zu seiner Zeit war er der bekannteste Plattenproduzent. Mitte der 1970er Jahre ist Spector eine der einflussreichsten Personen in Hollywood. Vielleicht stieg ihm die Macht zu Kopf. Sein tyrannisches Verhalten im Studio und im Schlafzimmer ist legendär. Er trank, nahm Drogen und besaß Waffen. Diese Kombination führte zur Katastrophe. Johnny Ramon schrieb in seiner Autobiografie, er hätte sich gewundert, dass Spector nicht jedes Jahr jemanden tötete. Er war bekanntermaßen schwierig. Er war mit John Lennon im Studio, zog plötzlich eine Waffe und schoss in die Decke. Lennon meinte, tu was du willst, aber mach meine Ohren nicht kaputt. Seine berühmte Ex-Frau, Ronny Spector, berichtete von ihrer Beziehung. Er soll sie sogar eingesperrt haben. Als junge Schauspielerin macht sich Lana Clarkson einen Namen. Sie war talentiert, schön und eine angenehme Persönlichkeit. In den 1980er Jahren feierte sie Erfolge mit beliebten B-Movies. Aber Hollywoods Wege sind auch mit gescheiterten Karrieren gepflastert. Mit nur 40 Jahren scheinen Lana Clarksons Möglichkeiten erschöpft. In Hollywood muss man es bis zu einem gewissen Alter geschafft haben, sonst wird man einfach fallen gelassen. So war es leider bei Lana Clarkson. Sie blieb in Hollywood, auch nachdem die Rollen ausblieben. Sie traf Fans auf Comic-Messen. Sie nahm sich Zeit zum Reden und gab Autogramme. Sie arbeitete als Hostess im House of Blues, um weiter die wichtigen Leute zu treffen. Sie wollte jemanden aus der Unterhaltungsindustrie aufgabeln und davon profitieren. Am 3. Februar 2003 trifft sie in den frühen Morgenstunden so einen Big Player. Er zog an diesem Abend durch einige Bars und landete schließlich im House of Blues. Es war 1.30 Uhr, als sein Auge auf Lana Clarkson warf. Er lädt die Schauspielerin auf sein Schloss in Alhambra ein. Gegen 3 Uhr rast der Mercedes von Phil Spector durch L.A. Auf dem Rücksitz sitzt Lana Clarkson. Der Chauffeur Adriano D'Souza wartet in der Auffahrt, während Spector seine attraktive Bekannte ins Haus führt. Der Chauffeur nickt ein und hört plötzlich einen Knall. Kurz darauf spaziert Spector aus dem riesigen Haus. Der Chauffeur meinte, Spector hätte gesagt, ich habe jemanden umgebracht. Außerdem bemerkt er Blut am Zeigefinger von Spector. D'Souza ruft die Polizei. Als die Polizei eintraf, wusste sie von einer Schießerei, hatte aber kaum weitere Informationen. Phil Spector war sehr unkooperativ. Er war hysterisch und nicht zu beruhigen. Ein gefährliches Verhalten. Er hatte Glück, dass sie ihn nicht erschossen, sondern nur getasert haben. Die Pfeile wirkten aber nicht. Sie brachten ihn dann mit einem Schutzschild zu Boden. Im Foyer macht die Polizei einen grausigen Fund. Lana Clarkson saß auf einem Stuhl, die Handtasche über der Schulter. Von einem Schuss in den Mund waren einige Zähne gebrochen. Als die Polizei von Alhambra eintraf, soll Spector gesagt haben, ich wollte sie nicht erschießen. Es war ein Unfall. Nach diesem Geständnis scheint der Fall klar zu sein. Dann aber ändert Spector seine Aussage. Eine Stunde später wurde er auf dem Revier in Alhambra vernommen. Dabei stellte er die Ereignisse anders dar. Erst wurde ihr Tod als möglicher Selbstmord aufgenommen. Mr. Spector behauptete nämlich, dass sich Miss Clarkson selbst erschossen habe. Die Todesursache war eine Schussverletzung am Kopf. Der Gerichtsmediziner aber ging von Mord aus. Dass Spector geschossen hat, muss erst bewiesen werden. Am 25. April 2007 drängt sich der ehemalige Popkönig durch die Reportermenge vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles. Das Verfahren gegen ihn wegen Mordes ist eröffnet. Der Prozess wurde komplett im Fernsehen gezeigt. Zeugen der Anklage beschreiben Spector als Gefahr für alle Frauen. Er hatte es immer wieder getan. Wir riefen fünf Frauen auf. Sie sagten über sieben Vorfälle im Zeitraum von 1978 bis in die späten 1990er Jahre aus. Lana Clarkson war die letzte einer Reihe von Frauen, die Phil Spector misshandelt hatte. Unglücklicherweise starb sie dabei. Die Verteidigung dagegen stellt Lana Clarkson als verzweifelte und gescheiterte Frau dar. Sie behauptete, dass Lana Clarkson sich im Hauseingang von Phil Spector das Leben genommen hatte. Die Blutspritzer würden zeigen, dass sie die Waffe gehalten, zum Mund geführt und abgedrückt hatte. Die Beweise widerlegen diese Darstellung jedoch. Das Blut an ihren Händen sprach für eine Abwehrhaltung. Aus unserer Sicht und der der Wissenschaftler war bewiesen, dass sich Phil Spector von rechts über sie gebeugt und er die Waffe gehalten hatte. Ab dem 10. September 2007 beraten die Geschworenen über das Schicksal von Spector. Doch auch nach 15 Tagen kommen sie zu keinem Urteil. Daraufhin erklärt der Richter Larry Fiedler das Verfahren für gescheitert. Das erste Verfahren scheiterte letztendlich an einem Geschworenen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Phil Spector zu einer solchen Tat fähig sei. Er überzeugte noch einen zweiten Geschworenen, gegen eine Verurteilung zu stimmen. Der Ausgang des Verfahrens ist für mich immer noch unverständlich. Es stimmt ein 10 für schuldig und zwei für nicht schuldig. Die Staatsanwälte geben das nicht gerne zu, aber bei Prominenten denkt die Jury oft, sie kennt den Angeklagten. Das erste Verfahren stützte sich hauptsächlich auf Expertenaussagen. Das zweite beginnt am 29. Oktober und dreht sich um fünf Worte. Der Chauffeur meint, das habe Phil Spector gesagt, als er wieder aus dem Schloss kam. Adriano D'Souza war mutig und blieb widerspruchsfrei. Sowas habe ich in meinen über 17 Berufsjahren nicht erlebt. Selbst im Kreuzverhör blieb er unerschütterlich. Sechs Jahre sind seit der tragischen Nacht im Schloss von Spector vergangen, als die Jury am 13. April 2009 endlich ein Urteil spricht. Der legendäre Musikproduzent Phil Spector wird des Totschlags für schuldig befunden. Er bekam 19 Jahre Gefängnis. Der Ruhm, den Lana Clarkson angestrebt hatte, wird ihr erst im Tod zuteil. Sie wurde eingeäschert und auf dem Hollywood Forever Cemetery begraben. Als Spector im zweiten Prozess verurteilt wurde, erhöhte man die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Friedhof, wo Lana Clarkson lag. Man fürchtete, dass ihr Grab geschändet werden könnte. Phil Spector wird frühestens im Alter von 88 Jahren Bewährung beantragen können. Bis dahin kann man zumindest eine Moral aus dieser Hollywood-Geschichte ziehen. Was sagt das über Hollywood? Dass Leute aus der Musik- und Unterhaltungsbranche, Leute mit Macht und einer gewissen Hybris wohl denken, sie kommen sogar mit einem Mord davon. Es gibt anscheinend Menschen, die glauben, sie können Widerlaune nachgeben und ihre kriminellen, in vielen Fällen schmerzhaften Fantasien, ausleben. Sie führten eine amerikanische Bilderbuch-Ehe. Er hatte Geld, Ruhm und hielt Rekorde. Wer gibt sowas auf und töte zwei Menschen? Der Tatort am Bundy Drive war äußerst blutig und schwierig zu bearbeiten. Der Footballstar und Schauspieler. Please! Throw down your guns! Die umwerfende Blondine. Ein Paar, geschaffen für das Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Nicht jedoch für das nüchterne Klicken der Tatort-Fotografen. Aber in Hollywood können selbst die besonders telegenen Menschen blutbefleckt enden. Es ist eine kühle Sommernacht in Brentwood, einem Stadtteil von L.A. Doch die Villen mit den Palmen davor sind die Kulisse für einen Albtraum. Hier am South Bundy Drive werden die 35-jährige Ex-Frau von O.J. Simpson, Nicole, und der 10 Jahre jüngere Ron Goldman brutal ermordet. Was als Horrorshow endete, begann 17 Jahre zuvor als Liebesgeschichte. Nicole Brown ist eine 18 Jahre alte Studentin. Sie arbeitet in einem Club und trifft dort O.J. Simpson, einen der bekanntesten Sportler seiner Zeit. Die Funken flogen. Als sie sich 1977 trafen, war O.J. Simpson noch unglücklich verheiratet. Die Ehe wurde zwei Jahre später geschieden, doch in dieser Zeit flirtete er bereits mit Nicole Brown. Die beiden sind ein unzertrennliches Paar. 1985 heiraten sie und ziehen in sein Luxusanwesen in Brentwood, um dort eine Familie zu gründen. Ich habe nie gesehen, dass sie sich stritten. Fantastisch fand ich die Streiche, die sie sich spielten. Einmal rief mich Nicole an. Sie wollte, dass ich ihr einen Gefallen tue. O.J. hatte ein wichtiges Treffen mit irgendwelchen Leuten. Ich sollte ihn fahren und ihn verhaften. Ich bin also mit meinem Partner rein. Wir haben ihn geschnappt, umgedreht und ihm Handschellen angelegt. Als wir ihn abführten, konnte man eine Stecknadel fallen hören. Draußen haben sich er und Nicole dann kaputt gelacht. Hinter geschlossenen Türen aber wird bei den Simpsons nicht immer nur gelacht. Es gab Fälle von häuslicher Gewalt. 1989 veranstalteten die Simpsons eine Silvesterparty. Irgendwann in der Nacht rief Nicole die Polizei. Als sie eintraf, sprang sie aus dem Gebüsch und rief, er bringt mich um. Ihre Anzeige wegen ehelichen Missbrauchs zog sie am nächsten Tag zurück. Simpsons verweigerte die Aussage und zahlte nur 700 Dollar Strafe. Obwohl der Football-Star zu Hause faul spielt, kann sich seine Frau nicht von ihm lösen. Aus Liebe? Oder ist es das Hollywood-Leben, auf das sie nicht verzichten will? Sie fuhren beide Ferraris und machten Traumurlaube auf Hawaii. Das Personal erfüllte ihr jeden Wunsch. Sie trennten sich mehrfach und kamen wieder zusammen. Dann brachte Nicole Simpson schließlich den Mut auf und reichte die Scheidung ein. Die Scheidung wurde am 15. Oktober 1992 rechtskräftig. Trotz Scheidung versucht das Paar immer wieder, sich zu versöhnen. Im Frühjahr 1994 gehen Nicole und O.J. Simpson dann endgültig getrennte Wege. Der 47 Jahre alte Superstar verliebt sich in das Model Paula Barbieri und Nicole Simpson genießt ihr Hollywood-Leben. Am 12. Juni weicht der in Hollywood übliche Sonnenschein einem Nebel. Ein unheilvolles Zeichen. Auf dem Konzert ihrer Tochter sahen sie sich, sprachen aber nicht miteinander. Danach gingen sie mit den Kindern und der Familie Brown im Mezzaluna essen. Ron Goldman arbeitete dort. Er war ein Freund von ihr. Zu Hause bemerkte Nicole Simpson, dass ihre Mutter ihre Brille vergessen hatte. Sie rief im Restaurant an. Ron Goldman fand die Brille und fuhr zu ihrer Wohnung. Um Viertel nach zehn öffnete sie ihm das Tor. Danach betritt im Schutz des Nebels eine dritte Person das Gelände. Gegen 22.15 Uhr hörten Nachbarn den Hund Kato wild bellen. Anfangs beachtete das niemand weiter. Kato rannte raus und als die Nachbarn ihn zurückbrachten, machten sie die furchtbare Entdeckung. Der Tatort am Bundy Drive war äußerst blutig und schwierig zu bearbeiten. Als die Polizei eintraf, fand sie Nicole Brown Simpson. Man hatte ihr siebenmal in den Kopf und den Hals gestochen, bis zu fünf Zentimeter tief. In der Nähe lag Ron Goldman auf der Seite. Auch er hatte im Oberkörper mehrere Stichverletzungen. Opfer von Stichverletzungen bluten in der Regel sehr stark. Es gibt viele Blutspuren und Fußabdrücke, die vor der kriminaltechnischen Untersuchung untersucht werden müssen. Die Blutspur führt die Ermittler in eine bestimmte Richtung. Zum Anwesen von O.J. Simpson. Am Tatort lag ein blutiger Lederhandschuh. Das Gegenstück fand man bei ihm in Brentwood. Es bleibt nur eines. Der weltbekannte und beliebte Footballstar muss des Mordes angeklagt werden. Am 17. Juni wurde wegen der Morde an Nicole Brown Simpson und Ron Goldman der Haftbefehl gegen O.J. Simpson ausgestellt. Simpson muss sich bis 11 Uhr gestellt haben. Die Zeit verstreicht ergebnislos und Lieutenant Anthony Alba schreitet zur Tat. Ich war wachhabender Offizier im San Fernando Valley, als die Ermittler mich anriefen. Ich sollte O.J. Simpson abholen. Doch Lieutenant Alba kommt zu spät. Wir stellten fest, dass er nicht da war. Sein berüchtigter weißer Ford Bronco wurde sofort zur Fahndung ausgeschrieben. Man hatte ihn auf der Autobahn im Großraum von Los Angeles gesehen. Auch die Medien reagieren schnell. Während die Polizei in Los Angeles nach dem Bronco sucht, starten sieben Hubschrauber im Dienst diverser Nachrichtensender. Die Verfolgungsjagd fand während eines Basketball-Endspiels statt. Also sahen das Millionen Zuschauer, die NBA-Fans eingeschlossen, als die Sender zu dem Bronco schalteten. 90 quälend lange Minuten vergehen, ehe O.J. Simpson aufgibt. Drei Tage später plädiert er wegen der zwei Morde auf nicht schuldig. Das Verfahren beginnt am 23. Januar 1995 und damit ein beispielloses Gerichtsdrama. Der O.J. Simpson-Prozess war ein Medienzirkus. Bei den drei großen Sendern wanderten 10% der Zuschauer von den Seifenopern zum Verfahren ab. Sie tauschten ein Drama gegen ein anderes. Während der ersten Verfahrenswochen stieg die Einschaltquote von CNN um das Sechsfache. Das zeigt, wie sehr dieser Fall die Menschen beschäftigt. Blutspuren am Tatort werden Simpson zugeordnet. Hinzu kommen die Berichte über häusliche Gewalt. Die Beweise gegen die Football-Legende sind erdrückend. Als wohlhabender Hollywood-Star kann man sich allerdings die besten Anwälte leisten. Johnny Cochran war ein sehr guter Anwalt. Mit seinem Team entschied er klug über die Zusammensetzung der Geschworenen. Es ging ihm nicht um die Fakten. Er baute den Fall darauf auf, dass O.J. Simpson diskriminiert wurde, weil er Afroamerikaner war. Prominente wie Simpson erscheinen vor Gericht unangreifbar. Sie beschäftigen Verteidiger, die sich sonst niemand leisten kann. Jeder einzelne Beweis wurde infrage gestellt. Das schließt den wichtigsten Beweis ein. Den blutigen Handschuh. Der Staatsanwalt Christopher Darden meinte, dass eine Anprobe des Handschuhs eine gute Idee wäre. Er war überzeugt, die Jury mit diesem Bild beeindrucken zu können. Das ging schief. Cochrans berühmtestes Zitat war Er passte nicht. Dann war da noch Mark Furman. Furman war der Ermittler, der den blutigen Handschuh und sein Gegenstück gefunden hatte. Die Aussage von Furman war bedenklich. Nachdem bekannt wurde, dass er Rassist war, fragte man sich, ob Beweise manipuliert wurden. Nach neunmonatiger Verhandlungsdauer verfolgen am Morgen des 3. Oktober 1995 geschätzte 150 Millionen Menschen die Urteilsverkündung. Die Spannung war unerträglich. Die Entscheidung der Geschworenen wird auf der einen Seite mit Empörung und auf der anderen mit Jubel quittiert. Hat er es getan? Die 12 Geschworenen meinten, nein. Besser gesagt, sie hatten nicht genug Beweise, um ihn schuldig zu sprechen. Der Staatsanwaltschaft kann man keinen Vorwurf machen. Viele wollten einfach nicht glauben, dass O.J. Simpson so etwas getan hat. Die einen sagen, er war ein Rassismusopfer. Die anderen, dass er von seinem Promistatus profitiert hat. O.J. Simpson ist frei. Aber die Tortur noch lange nicht zu Ende. Die Eltern des Opfers reichen Zivilklage ein. Am 4. Februar 1997 befindet die Jury, dass er für die Tötungen verantwortlich ist. Das war eine Tragödie, wenn man an seine Unschuld glaubte. Wenn man allerdings dachte, dass er die Doppelmorde begangen hat, fand man es gerecht. Bei der Zivilklage ging es nicht um eine Gefängnisstrafe. Er musste der Familie 33 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Kürzlich wurde er wieder angeklagt. Er soll Leute beraubt haben. Er sagt, sie hätten ihm Andenken gestohlen. Dafür sitzt er jetzt in Haft. Fast 20 Jahre später ist die öffentliche Meinung immer noch gespalten. Für einige ist er der Footballstar, dem etwas angehängt wurde. Für andere ist er ein Killer, der wegen seiner Bekanntheit und seines Geldes für die Morde nicht bestraft wurde. Unglaublich. Bis heute gibt es diese Spaltung. Ganz abgesehen von Nicole und Ron Goldman. Da sind die Familie und die Kinder. Sie müssen nicht nur ohne Mutter aufwachsen. Ständig hören sie, dass ihr Vater es getan hat. Das ist furchtbar. Es ist schwer vorstellbar, wie isoliert man als Partner an der Seite eines Prominenten lebt. Der andere wird hofiert und man selbst steht allein in der Ecke. Sie war bemüht, eine gute Frau und Mutter zu sein. Ihrem Dämon konnte sie aber nicht entkommen, dem Kokain. In dieser Nacht hat sie eine Gewalttat begangen, an die sie in nüchternem Zustand wohl nicht einmal gedacht hätte. Hollywood wählt einige aus, die Stars werden. Man überschüttet sie mit Ruhm, Geld und Bewunderung. Aber die Frau hinter dem Superstar muss andere Wege finden, um diese gewisse Leere zu füllen. Der sitzende Präsident, der Höhlenmensch im Gericht und der planlose Radiomoderator sind drei der zahllosen Rollen, die Phil Hartman spielte. Er spielte so viele unvergessliche Figuren. Es begann mit Peewees Playhouse und setzte sich bei Saturday Night Live fort. Dort glänzte er mit Parodien von Frank Sinatra oder Bill Clinton. Es wird ein paar Dinge geben, die wir nicht sagen, Frau Clinton. Das letzte Essen ist das wenig von unseren Wörtern. 1986 hat der 36-jährige Phil Hartman ein Date mit der neun Jahre jüngeren Brynn Omdahl. Sie ist Schauspielerin und modelt für Bademoden. Hartman schwebte auf Wolke 7. Noch nie hatte er so eine hübsche Freundin gehabt. Sie war wundervoll. Die beiden heirateten 1987. Da wechselte er geradezu Saturday Night Live, ein Karrieresprung für Hartman. Er wünschte sich eine Familie. Sie gab also ihre Karriere auf, um Ehefrau und Mutter zu sein. Sie machte den Haushalt. Der Haushalt wird groß, als sie mit ihren Kindern Sean und Burden in ein abgelegenes Haus im San Fernando Valley ziehen. Sie war hingebungsvoll und liebte ihre Kinder. Aber die Hausfrau hält etwas im Küchenschrank versteckt. Sie hatte ein ernstes Alkohol- und Drogenproblem. Ihre Abhängigkeit war für Brynn Hartman ein großes Problem. Sie ließ sich in einem Suchtzentrum außerhalb von Kalifornien behandeln. Sie schaffte es aber einfach nicht, nüchtern zu bleiben. Ihr Kampf gegen die Sucht war häufig der Anlass für Beziehungskrisen. Er dachte, dass er das schaffte, dass er damit klarkäme. Während Brynn versucht, den Bann des Kokains zu brechen, kämpft sie gleichzeitig gegen die Einsamkeit. Plötzlich war Phil Hartman sehr gefragt. Er flog zu Preisverleihungen und Veranstaltungen. Er verbrachte viel Zeit am Set. Sie blieb daheim, sie band den Kids die Schuhe zu, fuhr sie rum, brachte sie ins Bett. Mutter sein ist harte, einsame Arbeit. Am 28. Mai, einem Donnerstag, bleibt Phil Hartman abends zu Hause in San Fernando Valley. Er passt auf die Kinder auf. Brynn Hartman ist mit einer Freundin bei Bucca di Beppo, einem Edelitaliener, zum Essen. Als sie nach Hause kommt, ist ihre Stimmung am Boden. Als sie zurück nach Hause kam, war sie betrunken. Sie und Hartman stritten sich. Er zog sich zurück und ging nach oben ins Schlafzimmer. In ihrem Zustand konnte Brynn Hartman aber nicht aufhören zu streiten. Ich bin sicher, er hat gesagt, wir sind fertig und wollte ins Bett. Keine gute Idee. Brynn Hartman aber ist nicht fertig mit ihrem Mann. Sie folgt ihm ins Schlafzimmer und beendet den Streit für immer. Sie war so aufgebracht, dass sie dreimal auf ihn schoss. Während die Kinder schlafen, flieht Brynn Hartman aus dem Haus. Sie stieg ins Auto und fuhr zu einem Freund. Er glaubte ihr nicht. Sie fuhren in getrennten Autos zurück. Nach ihrer Ankunft rief der Freund die Polizei. Die Polizei trifft in den frühen Morgenstunden ein. Als die Beamten eintrafen, wussten sie nicht genau, was los war. Aber es war klar, dass sich zwei Kinder im Haus befanden. Während sich die Polizisten um die Kinder kümmern, können sie eine zweite Tragödie nicht verhindern. Die Beamten vor der verschlossenen Schlafzimmertür hörten einen einzelnen Schuss. Die Wut hatte von ihr Besitzer ergriffen. Nachdem sie den Schuss gehört hatten, brachen die Beamten die Tür auf, um zu sehen, ob sie helfen können. Es ist zu spät. Im großen Schlafzimmer stand das Ehebett. Darauf lagen die beiden. Mr. Hartman hatte mehrere Schussverletzungen. Mrs. Hartman eine. Offensichtlich war Mr. Hartman schon seit einer Weile tot. Die lebenswichtigen Organe von Mr. Hartman, Herz, Leber und Lunge waren durchschossen worden. Mrs. Hartman hatte eine Schussverletzung am Kopf, die der Gerichtsmediziner als Suizidverletzung einstufte. Zum letzten Mal hat Bryn Hartmans Dämon das Kokain seinen Tribut gefordert. Es stellte sich heraus, dass Bryn Hartman Alkohol, Kokain und ein Antidepressivum zu sich genommen hatte, bevor es zu diesem Vorfall kam. Eine Substanz wie Kokain ist in Kombination mit anderen Drogen extrem gefährlich. In dieser Nacht hat sie eine Gewalttat begangen, an die sie in nüchternem Zustand nicht einmal gedacht hätte. Hollywood war nach dem Tod von Phil Hartman geschockt. Er stand mitten im Leben und schien alles zu haben. Plötzlich war er tot. Die Boulevardpresse war weniger sentimental. Ein Superstar ermordet von seiner schönen Frau, die unter Drogen stand. Alle Medien brachten die Story. Überall las man die Schlagzeilen. Es war unglaublich, dass ein lebensfroher Star so ein furchtbares Privatleben hatte und derart tragisch starb. Wenn Hartman etwas geahnt hat, so schwieg er. Zwei Tage vor seinem Tod haben wir uns noch unterhalten. Ich habe gezielt nach Bryn gefragt. Er meinte, es läuft so gut wie noch nie. So ein Leben in Los Angeles zu führen, war traumhaft. Als ihre Karriere Fahrt aufnahm, konnte er sie nicht halten. Niemand konnte das. Wenn man sich mit einem Mistkerl einlässt und denkt, man kann ihn einfach loswerden, liegt man falsch. Der Sven Gali ist eine verführerische und finstere Figur aus Hollywood-Filmen. Nimm seine Hand und er führt dich zu Geld und Ruhm. Aber der Sven Gali fordert immer seinen Preis. So oder so. Dorothy Stratton ist die Tochter holländischer Einwanderer. Sie wächst in der Nähe von Vancouver in ärmlichen Verhältnissen auf. Doch die Familie besitzt bereits die Lösung ihrer Probleme. Dorothy Stratton ist bezaubernd und umwerfend schön. Sie weiß es nur nicht. Sie war das Mädchen von nebenan und wunderbar natürlich. Aber sie selbst empfand sich nicht als schön. Im Januar 1978 erkennt ein Mann ihr Potenzial. Der 25-jährige Schwindler Paul Snyder. Sie arbeitete in einem Dairy Queen Fast Food Restaurant, als er zur Tür hereinspazierte. Am Anfang hat er sie gut behandelt. Seine Masche war wie die eines Zuhälters. Ich glaube, Dorothy war wirklich in Paul verliebt. Sofort haben ihre Familie und Freunde sie vor dem Mann gewarnt und ihr gesagt, dass er ihr nur Ärger bringt. Es war bekannt, dass er ein Schwindler war. Ich sag das ungern, aber er war schmierig. In diesem Sommer lebt das Paar in der Innenstadt von Vancouver. Als das Playboy-Magazin per Anzeige auf der ganzen Welt nach dem Playmate zum 25. Jubiläum sucht, hat Paul Snyder Dollarzeichen in den Augen. Sie wollte sich eigentlich nicht für den Playboy ausziehen. Sechs Monate lang redete er auf sie ein. Baby tu es für mich. Das tat sie dann auch. Ich fand die Polaroid-Fotos unter der Couch, als ich etwa zehn war. Ich hatte noch nie Nacktbilder gesehen, schon gar nicht von meiner Schwester. Ich war geschockt. Sie selbst hatte Angst, aber sie vertraute Paul, dass es der richtige Schritt war. Wie Snyder sieht auch Hugh Hefner Potenzial in dem naiven Mädchen aus Vancouver. Im August 1978 holt er sie nach Hollywood. Der Glamour der Playboy-Menschen ist ein Quantensprung vom Fastfood-Restaurant. Auf den Partys dort kamen auf einen Mann drei oder vier Frauen, die zudem spärlich bekleidet waren. Der Mann, der sie entdeckt hat, bleibt in Vancouver zurück. Aber Dorothy Stratton lässt ihre Jugendliebe nicht im Regen stehen. Das Mädchen war erst 18 und in der Playboy-Menschen wollte jeder etwas von ihr. Sie beschrieb es als Disneyland, wo mit Menschen gespielt wird. Das klingt hart, trifft aber den Punkt. Als Snyder kommt, um sie zu beschützen, rollt ihr neuer Boss nicht gerade den roten Teppich aus. Paul tauchte auf einer Halloween-Party auf. Er war wie ein Zuhälter angezogen. Hugh Hefner nahm Dorothy beiseite und sagte, der sieht aus wie ein Lude. Sie lachte unangenehm berührt und meinte, das sei nur das Kostüm. Trotz der Warnungen aus dem Playboy-Lager steht Stratton treu zu Snyder. Das war schwierig für Dorothy. Sie dachte, sie wäre ihm etwas schuldig und saß zwischen den Stühlen. Snyder krallt sich an ihr fest. Er machte Druck und wollte heiraten. Für Paul bedeutete eine Hochzeit Sicherheit. Dann würde sie ihn nicht so schnell verlassen. Sie fühlte sich verpflichtet. Dorothy Stratton gibt nach. Die Ehe wird am 1. Juni 1979 geschlossen. Sie leben von dem Geld, das sie vom Playboy bekommt. Im August, ein Jahr nach ihrer Ankunft in L.A., gelingt Stratton der Durchbruch. Für Dorothy Stratton war es eine große Sache, als sie Playmate des Monats wurde. Gerade noch war sie 18 und bedeutungslos. Plötzlich war sie berühmt. 1980 macht ihre Karriere große Sprünge. Sie ist der Playboy-Star der April-Ausgabe. Als sie Playmate des Jahres wurde, war das unglaublich. Man überschüttete sie mit Geschenken, Geld und Aufmerksamkeit. Sie arbeitete permanent und bekam immer neue Angebote. Ich gehe in einem Shop und sehe Leute, die sagen, hey, das ist Dorothy Stratton. Hey, können wir eine Bildung von dir von mir, von deinem Autogramm haben? Dorothy Stratton aber ist nicht mehr das süße Mädchen von nebenan. Sie ist ein Star. Nach zehn Monaten Ehe kann sie auch nicht mehr ihre wahren Gefühle verbergen. Sie entwickelte sich und reifte. Sie entwuchs der Beziehung. Endlich entschied sie, dass sie Paul ganz loswerden musste. Mittlerweile kann sie auch außerhalb der Mauern der Playboy-Menschen Erfolge feiern. Sie drehte Fantasy Island, Buck Rogers und noch einige Filme. Es ging rasend schnell aufwärts. Dann traf sie Peter Bogdanovich in der Playboy-Menschen. Es war im Oktober 1978. Ich wollte gerade gehen, als man mir Dorothy Stratton vorstellte. Ich musste sie die ganze Zeit ansehen. Sie war die schönste Frau, die ich je getroffen habe. Ich castete gerade für einen neuen Film und gab ihm meine Nummer, damit sie mich anruft. Nach den Hits »Die letzte Vorstellung« und »Paper Moon« ist Bogdanovich auf dem Zenit in Hollywood. Er arbeitet an einer Komödie. Sie haben alle gelacht. Sie bekommt nicht nur die Rolle. Dorothy nahm ich mit in Peters Haus in Bel-Air. Sie hatten offensichtlich etwas miteinander, versteckten das aber. Ich wusste ja, dass Dorothy noch mit Paul verheiratet war. Während Stratton Karriere macht, scheint die Vergangenheit mit Snyder zu verblassen. Der aber gibt nicht so schnell auf. Jemand merkte, dass ein Typ jeden Tag am Set auftauchte. Freunde von ihm kamen nach New York, um zu sehen, was los war. Sie fanden heraus, dass Dorothy bei mir im Hotel schlief und meldeten das Snyder. Nach den Dreharbeiten in New York kehrt Stratton als anerkannte Schauspielerin nach L.A. zurück. Ihre Zukunft in Hollywood scheint gesichert. Aber Stratton hat sich mit dem Teufel eingelassen. Und der hatte noch eine Rechnung offen. Paul meldete sich bei ihr, weil er die Scheidung besprechen wollte. Am 14. August verließ Stratton Bogdanovic's Haus mit ihrer Schwester und setzte sie am Strand ab. Ich war zwölf und sollte darüber schweigen. Ich hielt Wort. Sie kehrt weder zum Strand noch zum Haus des Regisseurs zurück. Um zwei war sie noch nicht zurück. Um sechs machte ich mir Sorgen. Es war untypisch, dass sie nicht wenigstens anrief. Louise ging es genauso. Schließlich sagte sie, ich soll es nicht erzählen, aber Dorothy ist zu Paul gefahren. Nachts brechen Snyders Mitbewohner die Tür zu seinem Schlafzimmer auf und machen einen grausigen Fund. Sie waren beide nackt. Ihr war ins Gesicht geschossen worden und er lag neben ihr. Er hatte offensichtlich eine Schrotflente an ihren Kopf angelegt und abgedrückt. Später nahm er sich dann selbst das Leben. Er lag neben ihr. Da war Snyder 28 Jahre alt, Dorothy Stratton gerade erst 20. Es waren erst zwei Jahre vergangen, seit sie nach L.A. gekommen war, um den Traum von Ruhm und Geld zu leben. Ich erfuhr erst um 11 Uhr abends, was passiert war. Hugh Hefner rief mich an. Er sagte, weißt du es noch nicht? Dorothy ist tot. Das war für mich der Anfang vom Ende. Drei Jahrzehnte später spricht man noch immer über ihren Tod. Ihre Familie und Freunde behalten Dorothy als das Mädchen aus Vancouver in Erinnerung. Ich fragte, wie fühlt sich das an, wenn jeder dich ansieht? Sie sagte, komisch. Ich mag es nicht. Ich denke dann, ich habe einen Eisfleck auf dem Kleid. Ich denke jeden Tag an sie. Ich habe es für mich verarbeitet. Aber das Leben ist nicht mehr, wie es einmal war. Ihr Leben ist nie das gleiche. Es kann nicht sein. Er war charismatisch. Es schadete nicht, dass er attraktiv war. Er reiste als Ein-Mann-Pornoshow umher. In der Traumfabrik Hollywood leben starke Männer und herzensgute Mädchen. Aber unter der glitzernden Oberfläche sind die Dinge anders, als sie scheinen. Zum Beispiel der beliebte Sitcom-Star Bob Crane. Man fand ihn erschlagen und erdrosselt in seinem Zimmer in Scottsdale, Arizona. Erst dadurch kam die Wahrheit über ihn ans Licht. Den Radiomoderator Crane zieht es in den 1950er Jahren von der Ostküste nach L.A. Beim Sender KNX wird er berühmt. Doch er will auch gesehen werden. Also wechselt er zum Fernsehen. Bob brachte die Radiowellen zum Glühen. Beim Fernsehen schaffte er etwas Ähnliches. Wegen seines guten Aussehens wird Bob Crane in den bekanntesten Sitcoms seiner Zeit besetzt. Seine Karriere startete 1965 durch, als man ihm eine Rolle in Ein Käfig voller Helden anbot. Die wilde Komödie spielt in einem Strafgefangenenlager der Nazis. Ein Käfig voller Helden gewinnt drei Emmys und macht Bob Crane zum Star, der die Gunst der Stunde nutzt. Er flirtete am Set und genoss die Aufmerksamkeit der Frauen. Er ließ sich von seiner ersten Frau scheiden und begann ein Verhältnis mit einer Kollegin. Er verliebte sich in Secret Valdez. Sie spielte Clings Sekretärin. 1970 kommen sie ganz nach Hollywood-Manier zusammen. Sie heirateten am Set. Ich erinnere mich noch genau. Er liebte sein Leben als Prominenter. Nach sechs Jahren werden die Helden 1971 entlassen. Ein kühler Wind weht ihnen entgegen. Crane bekommt danach ein paar Rollen, die seinem typisch amerikanischen Aussehen entsprechen. 1973 spielt er für Disney in Papa ist der Größte. Sein Privatleben dagegen ist garantiert nicht jugendfrei. Wenn es um Sex ging, machte er alles mit. Von Fotoaufnahmen bis Partnertausch. Er und John Carpenter fanden heraus, dass sie die gleichen abweichenden Vorlieben hatten. Carpenter leitete die Videoabteilung von Sony und war ein Freund meines Vaters. Sie filmten zusammen die sexuellen Ausschweifungen von Mr. Crane. Bob zeigte wirklich jedem diese Fotos und Videos. In der Traumfabrik kursieren bereits Gerüchte über Bob Cranes Herrenabende. Wenn so etwas durchsickert, ist das Image ruiniert. Disney macht Familienfilme. Sie konnten das nicht akzeptieren und ließen ihn fallen. Hollywood ist klein. Wenn man von Disney gefeuert wird, ist man ein Aussätziger. Nachdem Hollywood die Tür zugeschlagen hat, zieht Bob Crane weiter. Es ist eine alte Tradition. Wenn man durch Film und Fernsehen bekannt und etwas älter war, trat man in sogenannten Dinnertheatern auf. Die Fans gingen nach der Show gerne mit ihm auf sein Zimmer. Dort machte er Videos von sich und den Frauen. Am Abend des 28. Juni 1978 spielt Bob Crane Beginner's Luck im Windmill Theater in Scottsdale, Arizona. Nachdem er Autogramme gegeben hat, geht er mit John Carpenter seiner üblichen Abendbeschäftigung nach. Nach dem, was mir John Carpenter erzählt hat, war es wie der letzte Abend auf der Titanic. Es war für beide der Untergang. Sie verabschieden sich. Crane kehrt alleine in die Winfield Apartments in der Miller Road zurück. Am nächsten Tag war er mit einer Kollegin zum Mittagessen verabredet. Sie öffnet die Tür seiner Wohnung und geht hinein. Im Zwielicht erkennt die Schauspielerin Victoria Berry den verdrehten Körper eines Mannes, Bob Crane. Sie fand ihn auf dem Bett. Sein Schädel war eingeschlagen. Außerdem war er mit einem Kabel erdrosselt worden. Im Alter von 49 Jahren wurde Bob Crane brutal getötet. Der Mord ist ein Schock für die Fans. Aber was die Polizei am Tatort findet, verstört sie noch mehr. Sie fanden Videogeräte und hunderte von Kassetten. Er reiste als Ein-Mann-Porno-Show umher. Die Medien stürzen sich auf diesen Fund. Die Geschichte von dem Sitcom-Star, der ermordet in seinen selbstgemachten Pornos liegt, ist für sie ein gefundenes Fressen. Während sich die Presse darin suhlt, geht die Polizei an die Arbeit. Es fehlten Einbruchsspuren und Crane hatte immer einen leichten Schlaf gehabt. Crane muss seinen Mörder gekannt haben. Es hatte keinen Kampf gegeben. Er war im Schlaf getötet worden. Aufgrund seiner zahllosen Affären ist die Liste der Verdächtigen endlos. Es gab ehemalige Freunde, Ex-Frauen in Spee, Freundinnen, Schwestern, Töchter. Es dauert nicht lange, bis die Polizei sich auf eine Person konzentriert. 1978 war John Carpenter nicht nur der Hauptverdächtige, sondern auch der Einzige. Es gab Gerüchte, dass sich Bob Crane von seinem Partner distanziert hatte. Carpenter war damit nicht einverstanden. Das war sein Motiv für die Tat. Da es keine Spuren gibt, die seine Anwesenheit am Tatort belegen, muss die Polizei Carpenter freilassen. Der Fall liegt 14 Jahre auf Eis, als 1992 ein neues Indiz aus dem Nichts auftaucht. Die Ermittler sahen sich nochmal die Fotos an, die sie sichergestellt hatten. Es gab ein Bild, das im Mietwagen von John Carpenter gelegen hatte und auf dem Gehirnmasse war. Man hatte das übersehen. Das allein ist noch kein Beweis, aber 14 Jahre nach der Tat ist man begierig auf eine Festnahme. Das LAPD verhaftete John Carpenter und behielt ihn während des Auslieferungsverfahrens in L.A. in Haft. Als das Verfahren 1994 eröffnet wird, belagert die Presse das Gericht. Die Jury muss sich den Sexaufnahmen von Crane und Carpenter aussetzen. Der Anklage ist klar, dass alles von einem 14 Jahre alten Foto abhängt. Das Problem für die Staatsanwaltschaft war, dass der Fleck mit Hirnmasse über die Jahre hinweg zerstört worden war. Die Geschworenen berieten zwei Tage. Die meisten waren der Meinung, dass es keinen echten Beweis gab, der Carpenter mit dem Mord an Crane in Verbindung brachte. Am 31. Oktober 1994 verlässt John Carpenter das Gericht als freier Mann. Doch das Stigma haftet an ihm bis zu seinem Tod vier Jahre später. Bis zum heutigen Tag bleibt der Mord an Bob Crane ungeklärt. Aber ein Schleier ist gelüftet. Hollywood ist voller Glamour und Schönheit, aber dahinter liegt eine schmutzige, schmierige Welt. Hollywood ist eine betörende Geliebte. Manche kommen mit dem Ruhm und dem Geld zurecht, andere nicht. Wie die Motten fliegen sie in das Licht und verbrennen. Fünf Teenager aus einem Vorort von L.A. haben alles. Autos, ein bequemes Zuhause und coole Klamotten. Für Hollywood aber nicht gut genug. Sie wollen aussehen und leben wie Stars. Der sogenannte Bling Ring will dafür jedoch nicht zahlen. Die Mitglieder dieser Gang spazieren nach Beverly Hills und nehmen sich, was sie wollen. Sie gehörten zur oberen Mittelschicht. Ihre Eltern arbeiteten zum Teil bei Film und Fernsehen. Diese Kids verkörperten das Hollywood der jungen Möchtegerns. Sie verbrachten ihre Nächte im Hollywood-Rosevelt-Hotel, gingen in Spesor essen und tanzten in Teddys. Die Schüler Nick Prugo und Rachel Lee sind die Drahtzieher der Einbrecher. Sie lernen sich 2006 an der Indian Hills High School kennen. Sucht man nach Mittätern, ist dies der geeignete Ort. Sie besuchten eine Art Sonderschule. Wenn man überall rausgeflogen war, kam man hierher. Zur Diebesbande gehörte auch die 18-jährige Alexis Nyers, die Nick Prugo auf einer Party kennengelernt hatte. Die 19 Jahre alte Diana Tamayo ging auf dieselbe Schule. Die 19-jährige Courtney Ames war eine Freundin von Rachel. Eins haben sie gemeinsam. Sie wollen zur Hollywood-Elite gehören. Es ist für die Leute wichtig, den Hollywood-typischen Lifestyle zu leben, sonst gehört man einfach nicht dazu. Das ist schwierig, weil nicht jeder glamourös und extravagant ist. Deshalb senkt man schon mal seinen eigenen moralischen Standard, um Lifestyle-technisch mitzuhalten. Sie beginnen, wo im 21. Jahrhundert alle Einbrecher anfangen. Der Bling-Ring hat das Internet dreifach genutzt. Sie beobachteten, was Prominente trugen, dann fanden sie so heraus, ob sie in der Stadt waren. Drittens recherchierten sie die Adressen. Die meisten sind Handlanger, während Prugo die Einbrüche plant. Die stilsichere Lee spielt eine eigene Rolle. Rachel Lee war quasi die Stilberaterin. Sie wählte aus, was gestohlen wurde. Nach einem Monat der Planung sind sie an Halloween 2008 für ihren ersten Coup bereit. Sie wollten das, was Paris Hilton auf dem roten Teppich trug. Doch ihren Luxus verschanzt Paris Hilton in einem 700 Quadratmeter-Anwesen. Nick Prugo und Rachel Lee spazieren gemütlich an die Eingangstür der Hollywood-Dibütantin heran. Paris Hilton war so schlau, den Schlüssel unter die Fußmatte zu legen. Prugo stand schmiere, während Lee ins Schlafzimmer ging. Sie stahl Kleider, BHs, Bargeld und eine Flasche Wodka. Der Bling Ring sucht Paris Hilton gleich mehrfach heim, bis das Starlet schließlich die Polizei ruft. Sie verkauften die Beute und gingen mit dem Erlös einkaufen. Sie feierten und lebten das Hollywood-Leben. Sie leben und kleiden sich wie die Stars. Aber damit gibt sich die Bande nicht zufrieden. Im Jahr 2009 räumt sie ein Anwesen nach dem anderen aus. Sie bestahlen die heißesten Jung-Schauspieler. Reality-Star Audrina Patrick, Rachel Bilson, Orlando Bloom, Lindsay Lohan. Bevor sie loszogen, erstellten sie eine Einkaufsliste. Die Dinge, die sie den Prominenten entwenden wollten, hatten sie auf Fotos im Netz gesehen. Sie gingen zu Rachel Bilson, wenn sie Klamotten von Chanel wollten. Sie liebten Uhren, also gingen sie zu Orlando Bloom, denn der hatte eine Menge. Verrückt, aber es war so einfach. Als ob ein Shopping-Traum wahr wird. Sie holten sich Gucci, Prada und Cartier. Laut Polizei in Los Angeles entstand ein Schaden in Höhe von 3 Millionen Dollar. Sie stahlen alles Mögliche. Sie schlüpften in die Kleidung und kopierten den Lebensstil ihrer Opfer. Diese Form der Eitelkeit ist aber nicht der einzige Makel des Bling Ring. Wenn auf einer Party jemand ihre Kleidung kommentierte, waren sie stolz darauf zu sagen, das gehört Paris Hilton oder das ist von Lindsay Lohan. Ganz Hollywood redet über die Einbrüche. Dann verwendet eines der Opfer den Hype gegen den Bling Ring. Die Polizei veröffentlichte Aufnahmen von den Kameras bei Lindsay Lohan. Man sah zwei Personen, die mit Kapuzenshirts bekleidet vor dem Haus von Lindsay Lohan herumlungerten. Einige Bekannte der jungen Verdächtigen meldeten sich und identifizierten ihre Freunde. Am 17. September 2009 verhaftet die Polizei Nick Prugo wegen Einbruchs in die Häuser von Lohan und Patrick. Schnell packt der Teenager aus und verrät seine Komplizen. Als Details des Falls öffentlich werden, können die Medien ihr Glück kaum fassen. Naturgemäß wurde die Geschichte groß aufgezogen. Es wurde darüber im Internet und im Fernsehen berichtet. Eine der Beklagten hatte sogar ihre eigene Fernsehsendung und die Crew folgte ihr zum Gericht. Ich hatte eine eigene Reality-Show und meine Schwester arbeitete für den Playboy. Da wollten die Leute natürlich den Schmutz sehen. Als der Staatsanwalt die Geschworenen einberuft, werden die Zeugen durch den Hintereingang eingeschleust. Denn es sind keine normalen Zeugen. Unser Anklagevertreter berief die Geschworenen im Juni 2010 ein. Fast alle Opfer sagten aus. Orlando Bloom war besonders rätselig, denn er litt schon fast unter Verfolgungswahn. Er fragte sich, wen kenne ich, der bei mir ein- und ausgeht und mich beklaut. Es war ungewöhnlich, so viele Prominente im Gericht zu sehen, die aussagten. Aber nur dadurch konnte die Anklage den Fall voranbringen. Weil er auspackt, wird der Anführer Nick Prugo nur zu zwei Jahren verurteilt. Nick Prugo spielte eine entscheidende Rolle. Weil er von Beginn an als einziger Kooperativ war, bekam er diese milde Strafe. Prugos Mittäterin und ehemals beste Freundin Rachel Lee ist weniger gesprächig. Sie erwischte es am härtesten, weil sie früh entschied, nicht mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Als die Urteile gefällt wurden, zahlte sie dafür ihren Preis. Er ist höher als der für eine Prada-Handtasche. Lee wird zu vier Jahren Haft verurteilt. Aber eine Täterin hat ihre Lektion gelernt. Alexis Nyers. Nach außen ein Bilderbuchleben zu führen, ist für die Menschen wichtig. Ich habe versucht, so ein Leben zu führen. Mich anzupassen. Nachdem sie erst alles bestritten hat, ändert Alexis Nyers ihre Aussage. Sie verbringt im Mai 2010 nur 30 Tage in Haft. Glitzer und Glamour verführt fünf Jugendliche zu einer Einbruchsserie, die ein Jahr dauert. Sie zahlen bitter für ihre Gier. Aber es gibt auch einen Gewinner in dieser Geschichte. Hollywood selbst. Aus dem Fall wurden schon zwei Filme gemacht. Einen machte der Kabelsender Lifetime. Der zweite von Sofia Coppola ist etwas komplexer. Für mich war das Problem diese Leere in mir. Ich brauchte immer mehr und mehr, egal was. Das Interessante ist, dass dieser Fall zeigt, dass Hollywood auch negative Dinge verlangt. Sei gierig, selbstbezogen und verehre die Promis. Es war eine furchtbare Wunde. Der Stich ins Herz tötete ihn sofort. Die Medien waren sehr an den pornografischen Fotos interessiert. Etliche hingen an den Wänden in Mr. Minios Apartment. Die Skandalmaschinerie in Hollywood drehte sich immer schneller. Der Fall Salminio verdeutlicht das unerträgliche Ausmaß gut. Jemanden kaltblütig zu töten ist grausam genug. Aber manchmal verunglimpft die Boulevardpresse in Hollywood das Opfer auch noch. Salminio ist ein Teenager-Star in den 1950er Jahren. Und sein Tod ist erst der Anfang. Schon als Kind steht er am Broadway auf der Bühne. Groß raus kommt er 1955 an der Seite von James Dean in »Denn Sie wissen nicht, was Sie tun«. Nach diesem Film war er ein Idol für die jungen Leute. Er wurde sogar für den Oscar nominiert. Doch Salminio erfährt schmerzhaft, wie kurz die Karriere als Teenager-Star sein kann. Ich kannte ihn und verfolgte, wie seine Karriere den Bach runterging. Anfangs fuhr er einen Bentley und ich einen alten Ford. Später hatte ich einen Rolls-Royce und er einen VW. Er hat gesagt, dass man ihm erst eine Rolle nach der anderen angeboten hat und plötzlich gar nichts mehr. In den 1960er Jahren hält er sich mit Fernsehauftritten und zweitklassigen Filmen über Wasser. Während seine Karriere stagniert, nimmt er privat grundlegende Veränderungen vor. Ab 1963 lebte er nach seinen eigenen Vorstellungen und traf sich mit Männern. Aber das war kein Coming-out. Fragte man ihn, bestritt er, homosexuell zu sein. Er wollte keine Schwulen-Ikone werden. Doch die Gerüchte-Küche brodelt. Salminio wird schnell klar, dass er mit seinem Lebensstil aneckt. Salminio hatte eine Rolle ergattert. Als er von der Kostüm-Anprobe nach Hause kam, rief ihn sein Agent an und teilte ihm mit, dass er gefeuert war. Minio machte das Gerede für diese Probleme verantwortlich. Da ihn die Mächtigen in Hollywood meiden, kehrt Salminio zum Theater zurück. Doch vom elitären Broadway, wo er sich seine Sporen verdient hatte, hält er sich fern. Ihn interessierten die provokanten Stücke. Er stellte die Form der Unterhaltung in Frage, die zur damaligen Zeit produziert wurde. Während der 1970er Jahre testet er auf der Bühne seine Grenzen aus. In einer Produktion in San Francisco verkörpert er einen bisexuellen Dieb. Am 12. Februar 1976 sind es nur noch wenige Tage bis zur Premiere. Abends gegen halb zehn ist es still in einer Tiefgarage in West Hollywood. Salminio kam von der Probe nach Hause. Er steigt aus dem Wagen. Plötzlich steht dieser Mann vor ihm. Der Mann sticht ihm in die Brust. Während Salminio um Hilfe ruft, flüchtet der Angreifer. Die Nachbarn hörten seine Hilfe-Schreie. Ihm wurde direkt ins Herz gestochen. Innerhalb von ein, zwei Minuten war er tot. Salminio ist erst 37 Jahre alt. Noch während die Polizei die Beweise prüft, zieht die Hollywood-Presse ihre ersten eigenen Schlüsse. Als die Sheriffs Mr. Minios Apartment betraten, sahen sie dort etliche pornografische Bilder an den Wänden hängen. Sie fanden ein Gay-Sex-Säft und im Schrank ein Leder-Outfit. Das wurde sofort mit SM assoziiert. Augenblicklich war es ein Mord im schwulen Milieu. Die Presse drehte komplett durch. Für die Medien war sein Tod die Folge seiner Lebensumstände. Es war ekelhaft. Wir, die Sal kannten, glaubten kein Wort davon. Ein ganzes Jahr verstreicht, bevor man eine erste Spur hat. Der Tatverdächtige ist kein Unbekannter für die Strafbehörde. Lionel Williams war erst 19. Er hatte zehn Raubüberfälle in Serie verübt. Einer brutaler als der andere. Der Gerichtsmediziner kann im Verfahren Williams Schuld beweisen. Die Wunde wurde mit einem Messer zugefügt, das eine Fischschwanzklinge hat. Die Form der Klinge war uns bekannt. Die Einstichstelle war ein eindeutiger Beweis. Um einen weiteren Beweis auszumachen, braucht es keinen Gerichtsmediziner. Der Angeklagte hatte eine Tätowierung auf seinem Arm. Von eben dem Messer mit der besonderen Klinge. Ich zog eine Parallele zur Bibel. Wie kein hatte sich der Angeklagte das Mal selbst zugefügt. Nach vier Wochen kommen die Geschworenen am 13. Februar 1979 zu einem Urteil. Schuldig des Totschlags. Damit beginnt für Mineos Mörder eine 50 Jahre dauernde Haftstrafe. Sal Mineo jedoch wurde zweimal ermordet. Zuerst von seinem Killer und dann durch den Rufmord durch die Boulevardpresse. Noch Jahrzehnte später heilt seine traurige Geschichte nach. Die Skandalmaschinerie in Hollywood war immer schlimmer geworden. Der Fall Sal Mineo verdeutlicht das unerträgliche Ausmaß gut. Doch auch die Folgen des Mordes schmälern die Leistungen von Sal Mineo nicht. Er hatte an Projekten gearbeitet, die ihn interessierten. Es ging immer um schwierige und sehr erwachsene Themen. Er war ein begnadeter Schauspieler. Marvin verabscheute Autorität. Meinem Vater war sie wichtig. Er hatte eine unglückliche Kindheit. Die Fans verehrten Marvin Gaye. Aber sein Erfolg machte den Vater eifersüchtig. Wohlstand und Ruhm können eine Familie stärken oder zerstören. Letzteres geschieht in Crenshaw, Los Angeles. In der gediegenen Nachbarschaft steht ein Haus im Tudor-Stil. Hier beenden zwei Schüsse die schwelende Rivalität zwischen R'n'B-Legende Marvin Gaye und seinem strengen religiösen Vater. Als Pfarrer in Washington D.C. war sein Vater immer einflussreich gewesen. Er war sehr streng. Marvin Gaye Sr. duldete zu Hause weder Fernsehen noch Popmusik. Wir waren alle im Chor, nur Marvin nicht. Er sang Solo. Marvin Gaye Jr. sträubt sich gegen seine religiöse Erziehung. Für meine Eltern war er bloß rebellisch. Doch Gott schenkte ihm eine Gabe, die er weiterentwickelte. Marvin Gaye Sr. will, dass sein Sohn Gott lobpreist. Doch der junge Mann hat eher weltliche Ziele. Er wollte Popmusik machen. Bereits mit 14 trat er einer Do-Bob-Gruppe bei. Marvin Gaye Sr. lehnte die Ambitionen seines Sohnes völlig ab. Es kam zum Bruch. Zwischen Marvin und meinem Vater flogen die Fetzen. Für seine Musikkarriere flüchtet der 20-Jährige vor seinem Vater und zieht nach Detroit. Marvin Gaye beeindruckt nachhaltig einen Mann, der gerade ins Musikgeschäft einsteigt. Barry Gordy. Barry Gordy besaß ein kleines Plattenlabel, Motown. Marvin Gaye stand ganz früh bei Motown unter Vertrag. Neben The Supremes, Four Tops und The Temptations war er einer der Kassenschlager. Die erfolgreiche Flucht vergrößert die Kluft zwischen Vater und Sohn nur noch mehr. Er kaufte seinen Eltern ein Haus in D.C. Seine Mutter freute sich für seinen Vater, aber war das Haus mit schmutzigem Geld gekauft. Marvin war mächtig und reich und mein Vater verlor die Rolle als Oberhaupt der Familie. Das schürte Konflikte. Die Spannungen zwischen Marvin Gaye Jr. und seinem Vater wachsen. Dazu treten neue Probleme in sein Leben. Marvin Gaye führte ein traumhaftes Leben als Popstar. Dabei kam er auch mit Drogen in Berührung. Wenn man erst einmal so viel Geld hat und von den entsprechenden Leuten umgeben ist, wird man geradezu mitgerissen. Man glaubt, mit all dem Geld und dem Ruhm wäre man unverwundbar. Bis zu den 1970er Jahren wird aus gelegentlichem Drogenkonsum eine Sucht. Mit dem wachsenden Ruhm versank Marvin Gaye in einem Sumpf aus Drogen. Sie waren da und er konnte sie bezahlen. Es war eine Abwärtsspirale. Seine Finanzen waren eine Katastrophe. Er hatte Millionen verdient und alles ausgegeben. Für seine Familie, seine Entourage und seine Kokainzucht. Seine engsten Freunde wussten, dass er eine schwere Zeit durchmachte. Damals wollten ihm aber viele nicht mit Geld aushelfen, weil sie befürchteten, er würde es für Drogen ausgeben. Bis 1978 landet Marvin Gaye über 30 Top-Ten-Hits. Trotzdem muss er Privatinsolvenz anmelden. Drogenabhängig und pleite entscheidet sich der Superstar für das Exil. Er zog nach Hawaii. Es war so schlimm, dass er in einem Lieferwagen lebte. Drogen konsumierte er trotzdem weiter. Ich hatte Marvin Gaye aus den Augen verloren. Dann erfuhr ich, dass er völlig verarmt war. Wie konnte er nur so abstürzen? Es ist seine Musik, die Marvin Gaye schließlich heilt. 1982 feiert er mit Sexual Healing sein Comeback. Der Hit belebt die Karriere des 44-Jährigen und bringt ihm zwei Grammys ein. Er zweifelte, ob er gewinnen würde, aber ich war mir sicher. Er war nie so glücklich wie in dieser Nacht. Doch diese Glückseligkeit dauert nur kurz. Er fing an zu glauben, dass er verfolgt wurde. Direkt nach dem Gewinn der Grammys entschloss er sich wieder bei seinen Eltern einzuziehen. Bei meiner Mutter fühlte er sich wohl. Da konnte er er selbst sein. Doch sein Elternhaus ist der falsche Ort, um ein neues Leben zu beginnen. Marvin Gaye und sein Vater hatten sich nie vertragen und völlig voneinander entfernt. Dazu kam ein Alkoholproblem des Vaters. Nach all den Jahren lebten sie wieder unter einem Dach. Das war mehr als heikel. Das Pulverfass musste explodieren. Am 1. April 1984 gegen Mittag streiten sich Vater und Sohn. Bei dem Zustand der beiden Männer ist es kein Wunder, dass ein handfester Streit entbrannte. Laut den Ermittlungen hat Marvin seinen Vater geschlagen. Für den 70-jährigen Senior ist der Streit nicht beendet. Er betritt das Zimmer des Sohnes mit einem Revolver in der Hand. Der Vater schoss seinem Sohn in die Brust und schoss dann nochmal. Als Marvin Gays Schwägerin das hörte, wählte sie den Notruf. Marvin Gaye wurde ins California Medical Center gefahren. Bei seiner Ankunft war er bereits tot. Der Vater hatte die Waffe aus dem Fenster geworfen und wartete ruhig auf die Polizei. Einen Tag bevor Marvin Gaye 45 Jahre alt geworden wäre, gesteht sein Vater, ihn getötet zu haben, beruft sich aber auf Selbstverteidigung. Der toxikologische Befund wies Abbauprodukte von Kokain auf, was eine vorherige Einnahme indiziert. Marvin hatte Drogen im Blut. Da er seinen Vater geschlagen hatte, war auch dieser verletzt. Der Richter hatte Mitleid. Er beantragte eine Verurteilung wegen Totschlag. Das Urteil ist milde. Lediglich fünf Jahre auf Bewährung. Bestraft wird er anders. Alberta, die Frau, mit der er 49 Jahre verheiratet gewesen war, verlässt ihn. 1998 stirbt er, mit gebrochenem Herz und von Reue geplagt. Der Tod von Marvin Gaye wirft einen Schatten auf die Musikwelt und Hollywood. Die Menschen strömten zu Tausenden auf seine Beerdigung. Seine Fans waren untröstlich. Einer, dessen Soul sie so geliebt hatten, war tragisch und zu jung gestorben. Er war ein Opfer seiner Drogensucht und des Familienswesters geworden. Marvin Gaye wurde hin und her gerissen. Er wuchs fern von jeglichem Glamour in einfachen Verhältnissen auf. Dann schoss er ganz nach oben und wurde ein Popstar. Das bringt die Familie aus dem Gleichgewicht und löst Neid aus. familiäre Bindungen werden auf die Probe gestellt. In diesem tagischen Fall ist dann alles zusammengebrochen. Es ist die Traumfabrik. Aber Hollywood bringt auch Albträume hervor. Aus den Geschichten über kriminelle Taten sticht eine besonders hervor. Es war eine beispiellose Gewaltorgie, orchestriert von einem echten Monster. Die Verantwortlichen hatten ihre Hand am Puls der Hippie-Bewegung. Die Morde lähmten die Stadt. Alle hatten Todesangst. In einer Nacht im August 1969 hallen Schreie über die Hollywood Hills. Fünf Personen versuchen verzweifelt einer Killerbande zu entkommen. Als alles vorbei ist, bleibt nackte Angst, wie sie kein Horrorfilm auslösen kann. Am 9. August 1969 wurden fünf Menschen, unter ihnen die schwangere Sharon Tate, die mit Roman Polanski verheiratet war, grausam und grundlos getötet. Es beginnt als ruhiger Abend in dem Landhaus im französischen Stil am Cielo Drive. Doch er endet blutig für die 26-jährige Tate und ihre Gäste. Starfrisör Jay Sebring und die Kaffee-Erbin Abigail Folger. Am nächsten Morgen bietet sich einem Hausangestellten eine Szene-unvorstellbaren Grauens. Steven Perrant lag in seinem Wagen vor dem Haus von vier Schüssen getroffen. Im Wohnzimmer lag die gefesselte Sharon Tate. Sie hatte 16 Stichwunden. Das Ungeborene war mit ihr gestorben. Im Wohnzimmer lag auch Jay Sebring mit sieben Stichwunden und einer Schusswunde. Abigail Folger starb durch 28 Stiche. Wojciech Frakowski hatte 51 Stich, zwei Schuss und 13 Schlagverletzungen. Das war nur die erste Nacht. An die Haustür haben die Killer das Wort Schwein geschmiert. Mit menschlichem Blut. Die Morde erschüttern ganz Hollywood. Seit ihrem Auftritt in Tal der Puppen ist Sharon Tate ein angehender Star und außerdem mit dem prominenten Regisseur Roman Polanski verheiratet. Kaum hat die Nachricht LA erreicht, schlagen die Killer erneut zu. In der zweiten Nacht wurde 41 Mal auf Rosemary LaBianca eingestochen. Lino LaBianca fand man im Wohnzimmer mit einem Messer im Hals. Die LaBiancas besitzen eine Supermarktkette. Diesmal haben die Mörder revolutionäre Parolen an die Wände gemalt. Dort stand Tod den Schweinen und Aufstand. Helter Skelter, also Holter die Polter, hatten sie zudem falsch geschrieben. Mindestens so verstörend für die Hinterbliebenen sind die Schlagzeilen am nächsten Tag. Die Medien spielten verrückt. In den Artikeln stand etwas von Hexenritualen und einer Orgie. Die Rede war auch von Drogenschmuggel. Dem konnte man nicht entkommen. Alle waren sehr betroffen über den Mord an Sharon Tate. Und die Presse machte alles noch schlimmer. Die Familien trauern und ganz L.A. zittert. Die Bewohner Hollywoods hatten Angst. Es gab Gerüchte, dass marodierende Banden Jagd auf sie machen. Innerhalb einer Woche sind die Täter gefasst. Ohne dass die Behörden es wissen. Am 16. August findet auf der Spawn Movie Ranch eine Razzia statt. Die verfallene Filmlocation ist der Stützpunkt einer Bande von Autodieben. Ihr Anführer ist ein gescheiterter Musiker. Der Vorbestrafte ist der Sohn einer Prostituierten und hat seinen Vater nie kennengelernt. Ahnungslos haben die Ermittler den 34-jährigen Charles Manson aufgestöbert. Das Sheriff's Department des L.A. County untersuchte Autodiebstähle. Mit Mord hatten sie nichts zu tun, deshalb fehlte ihnen die Verbindung. Zwei Monate sind seit der Mordserie vergangen, ohne dass die Polizei eine heiße Spur hat. Die Spannungen in L.A. wachsen. Im Death Valley findet eine weitere Razzia wegen Autodiebstahls statt. Dabei wird die 21-jährige Susan Atkins verhaftet. Adkins fragte ihre Zellengenossin, hast du von dem Sharon Tate-Fall gehört? Weißt du, wer es war? Sie steht vor dir. Ab diesem Zeitpunkt konzentrierten sich die Ermittlungen auf Susan Atkins und die Manson-Familie. Adkins ist nicht die einzige, die mit dem Blutbad offen prallt. Die Manson-Familie sehnte sich nach Ruhm. Sie genossen, dass im Fernsehen über ihre Taten berichtet wurde. Auf einer Pressekonferenz im Dezember verkündet man die Haftbefehle für die Mordverdächtigen in den Fällen Tate und LaBianca. Aufgrund der Aussage von Atkins sind ihre Komplizen am nächsten Tag hinter Gitter. Leslie van Houten, 20. Charles Watson, 24. Patricia Cranwinkel, 21. Linda Kasabian, 20. So wie ihr Anführer Charles Manson. Charles Manson war der Archetyp des Sektenführers. Die Familie war eine Sekte und verehrte ihn wie einen Gott. Mit großem Interesse verfolgen die Medien den Prozess, der am 24. Juli 1970 beginnt. Kein leichter Fall für den Staatsanwalt Vincent Bugliosi. Um Manson zu verurteilen, muss er eine juristische Hürde nehmen. Manson hatte niemanden getötet. Man brauchte den Beweis, dass er die Morde geplant und angeordnet hatte und nach den Morden weitere Anweisungen gegeben hatte. Am 27. Juli sagt Mittäterin Linda Kasabian als Kronzeugin der Anklage aus und wird auf Bewährung entlassen. Es war entscheidend zu beweisen, dass Manson die Gruppe kontrollierte und sie für ihn getötet hatten. Um Charles Manson Verschwörung nachzuweisen, braucht die Anklage jedoch ein Motiv. Bugliosi findet ein zutiefst Verstörendes. Er kreierte das Holter-die-Polter-Motiv. Damit war der Rassenkampf zwischen Weißen und Schwarzen gemeint. Im Haus von La Bianca hatten sie eine Brieftasche gestohlen. Sie wollten damit das Blutbad Schwarzen anhängen. Manson glaubte, es würde durch die Morde zu einem Aufruhr kommen, der einen Krieg schwarz gegen Weiß auslöste. Er dachte, die Schwarzen würden gewinnen. Dann würde die Manson-Familie aus der Wüste kommen und herrschen. Dies ist nicht die einzige Erklärung für den Blutdurst von Charles Manson. Er war als Musiker nach Los Angeles gekommen, um reich und berühmt zu werden. Der Plattenproduzent Terry Melcher hatte vor Polanski und Sharon Tate in dem Haus am Cielo Drive gewohnt. Manson kannte Melcher, weil er seine Musik von ihm produzieren lassen wollte. Als der jedoch ablehnte, flippte Manson aus. Nachdem die Musikindustrie ihn abgelehnt hatte, wandte sich Manson gegen die Gesellschaft als Ganzes. Die Wut staute sich in ihm bis zu den Ereignissen vom 9. und 10. August auf. Am 25. Januar 1971 werden Charles Manson und die Mitangeklagten in allen Punkten schuldig gesprochen. Nach zehn Monaten vor Gericht verurteilt man sie zum Tode in der Gaskammer. Als der oberste Gerichtshof in Kalifornien die Todesstrafe 1972 für verfassungswidrig erklärt, wird sie in lebenslange Haft umgewandelt. Seit 40 Jahren kämpfen die Hinterbliebenen der Opfer, damit der Manson-Clan hinter Gittern bleibt. Doris Tate und Angehörige waren die ersten, die bei einem Bewährungsgesuch anwesend waren. Es gab mehrere Anhörungen für die Täter. Immer war die Familie der Opfer anwesend. Deborah Tate ist die einzige Hinterbliebene, die anbietet, während einer Anhörung mit Charles Manson zu sprechen. Aber der Mann, der Hollywood das Fürchten gelehrt hat, leidet selbst unter Ängsten. Er fragte die Wachen, wer ich sei. Als er erfuhr, dass ich Sherons Schwester bin, wollte er zurück in seine Zelle gebracht werden. Das ist schon zweimal vorgekommen. Es ist wohl furchtbar daran erinnert zu werden, was man getan hat. Erst im Gefängnis erfährt Charles Manson, was ihm Hollywood lange verwehrt hat. Ruhm. Die Manson-Familie bekommt jeden Tag immer noch säckeweise Post. Ich kann nicht zulassen, dass diese Leute wieder in die Gesellschaft entlassen werden. Dafür haben sie noch zu viel Einfluss auf junge Menschen. Berühmt oder berüchtigt? Gut oder böse? Glamour oder Blutvergießen? Geht man in Hollywood einen Schritt zu weit, kann der Traum zum Albtraum werden.